Wenn ihr einen Gefährten benötigt oder irgendwelche Fragen zu Gefährten habt, dann seid ihr bei mir genau... Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal so einen Heil-Lehrling und guck mal, ob der dann auch... Eine neue Bestellung Schreckhaneier. Sooo, darf ich mir jetzt endlich mein Reittier holen? Machen. Das ist schön. Ach Quatsch, Reittier. Reittier habe ich doch. Du weißt, was ich meine. Der Kult des Drachen ist bösartig, schlicht und einfach gesagt. Man muss sich dessen Anhängern entgegenstellen, Widerstand leisten und sie auslöschen. Gefährten. Was? Gefährten. Ja. Das hat jetzt aber gedauert. Mhm. Ähm. Muss ich bestimmt erst oben beim Kollegen wieder irgendeine Mission annehmen, oder? Fällt mir grad so ein. Ja, das kann sein. Decke ist... Jetzt bin ich ja alles ohne gerannt. Jetzt renne ich zurück. Gut. 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 Ein Gefährte. Ein Gefährte. Ein Gefährte. Öl Respekt. Nein, das ist der Chris. Muss ich jetzt hier hin? Wahrscheinlich. Ich habe einen Kommentar unter einem anderen YouTube Video. Das ist noch gar nicht mal so alt. Verrückt. Was denn für einen Kommentar? Ja, das auch. Nee, ich verstehe das Deutsch trotzdem nicht so ganz. Ein gutes Video kannst du sowas auch oder auch andere Sachen auch so gut machen. Das Deutsch ist mir noch ein bisschen komisch, aber... Nein, mir gefällt es. Antwortest du jetzt drauf? Später auf die 5 Minuten kommt es nicht an. Wenn ihr einen Gefährten benötigt oder irgendwelche Fragen zu Gefährten habt, dann seid ihr bei mir genau... Ich brauche hier irgendwie die Schriftrollen der Identifizierung. Finde ich denn die? Oh, keine Ahnung. Aber ich habe auch nur noch zwei Stück oder so. Der Heil-Lehrling ist ein Gefährte vom Typ. Anführer, Anführer unterstützen euch im Kampf. Was ist der Magio? Ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal so einen Heil-Lehrling und gucke mal, ob der dann auch... Eine neue Bestellung ist Schreck-Hahn-Eier. Auch anderen was nutzt. Keine... Ähm... Nee, welcher Ort? Nee. Okay, dann gehe ich jetzt hier wieder raus und... Oder muss ich erst mit der Tante reden? Kann ich das? Kann ich gleich mal einen Gefährten mitnehmen? Sag mal, hattest du schon so viel Gold, dass du dir zusätzlich noch einen Hund kaufen konntest? Oder? Oh, ja. Cheater. Ach, ja. Finde ich denn die kömmlichen... Bist du dann einfach nur ins Inventar gegangen? Hast du ihn angeklickt und gesagt binden oder... Bist du dann einfach nur ins Inventar gegangen? Ja. Neuer Name. Wie nennt man den? Hm. Hm. Das ist jetzt aber schwer. Mungo. Mungo. Ne. Mein Gott, ich hab meinen Hund Bello genannt. Ne, das passt ja auch zu einem Hund. Hä, willst du mich forsen? Nö, eigentlich passt das wirklich gut zu dem Hund. Nö, eigentlich passt das wirklich gut zu dem Hund. Nö, eigentlich passt das wirklich gut zu dem Hund. Also, sehr einfallslos, aber... Die haben wir noch eben Ghandalf. Wieso jetzt dieser Typ sein? Hm? Gefährte? Ja. 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 was komische ding aus drei diamanten ich hab mal gehört das war ja so die wichtigste währung dann hast du keine schrift rollen kaufen das leben ist halt kein ponyhof ich glaube du findest die auch manchmal in irgendwelchen quests mit zumindest ja aber ich habe hier auf dem zeug was und und identifiziert ist und identifiziert ja was mache ich jetzt mit dem ganzen zeug zum beispiel verkaufen so weniger wert nur zu meckern so warum ist jetzt mein gefährter aus dieser blöden liste weg und wie kriege ich denn da wieder rein und warum bin ich jetzt blau so so für mich war es das für heute kannst du mir noch schnell sagen wie du den gefährten dann wieder ausgerüstet hast mit gefährten und passiven gefährden aktiv zuteilen gefährten ansehen hier gut cool jetzt kann ich sagen ich bin der ausbilder von gandalf okay okay na dann machs gut ich guck mal noch ob ich irgendeine quest finde früher hatte sich mal noch verabschiedet tschuld geht doch mein discord war bloß alle oder discord war alle ja alle ausgelaufen wie ärgerlich na dann alles klar tschö gut dann machen wir halt noch fünf minuten alleine was mal sehen mal sehen mal sehen mal sehen schöner baum gefällt mir ich glaube da wollte ich schon mal hin wenn mich jetzt wieder zurück zum wird er bestimmt tun jetzt okay vielleicht ist das jetzt die mission die ich alleine machen musste weil ich alleine tiefling bin genau klopf klopf warum muss ich vielleicht den wegschicken hm schein nicht so oder weil ich noch in der gruppe bin ähm jetzt geht's alles klar gut tiefling mission kann man also nicht machen wenn man in der gruppe mit anderen ist wieder was gelernt von jemals oder chao gell Match tener test eins zu us um 非常 Bis zum nächsten Mal.